Ach, wie nett vom Spiel. Ich bin ja letztes Mal hier fast tot angekommen und jetzt einfach neu geladen. Jetzt bin ich wieder full live. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Lexi of Cain. Defiance. Ja, wir sind auf dem Weg zu den Säulen von Nosgoth. Ähm, nee, stimmt gar nicht, da waren wir schon. Hm, stimmt gar nicht, wir waren ja schon mal in den Säulen, aber wir sollen hier mal irgendwie, Möbius meinte, hier können wir was machen. Steinscheibe, mhm. Dieses Symbol kam mir bekannt vor. Vielleicht musste ich noch einen Splitter des Symbols des Gleichgewichts finden, um weiterzukommen. Mhm, mhm. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür diese Steinscheibe ist, die ich gerade gefunden habe. Oh. War ich hier schon? Kam ich gerade von hier? Nein, von hier kam ich nicht, ne? Wie bin ich denn hier? Ähm. Okay. Achso. Von hier oben kam ich, ne? Ja, okay. Okay, dass jetzt hier die Gegner sind, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt auf jeden Fall auch wieder zurück sollen. Ja, cool, ich hänge hier unten irgendwo fest. Äh, meine Ehe, ich muss da hoch. Das ist alles nicht so durchdacht hier gerade. Mann! Oh, Alter, meine Finger sind auch gerade so kalt, weil einfach ich Fenster aufhabe. Ich weiß noch gar nicht, warum ich das habe. Ich wollte eigentlich aussagen. Irgendwann hat ich Tasse gedrückt. Naja, passiert, ne? So. Äh, ja, äh, äh, äh. Ich muss aber diesen, 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 diesen. Tschüss. Äh. Ist irgendwie schon verdächtig da drüben, ne? Na, da komm ich nie hin. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Mach gut. Hier, wir wollen mal weiter zurück. Mal gucken. Irgendwas wird sich schon irgendwann offenbaren. Hey. 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 Oh, boy. Ach, come on, Alter, jetzt. Ist doch gerade. Ja, die sind die Pfeile aufgefangen gerade. Hat mir gefallen. Hm. So. Ich habe ja gerade von hier. Ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, ob wir irgendwo schon mal einen Ort hatten, wo ich diese Steinscheibe da von eben einsetzen könnte, um ehrlich zu sein. Kannst du bitte springen? Holy shit. Ich drücke halt X, aber juckt halt nicht ihn scheinbar. Danke. Meine Güte. Hm. Na gut, da oben war ich ja eigentlich, ne? Da waren nur Gegner. Für mehr war das hier, glaube ich, nicht. Achso, nee, von da kam ich. Okay. Ähm. War hier unten nix, ne? Nee. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich laufe einfach mal, in der Hoffnung, dass irgendwas sich offenbaren wird. Viel mehr kann ich nicht tun. Ich habe jetzt eh nicht so ein großes Gebiet, was ich hier ablaufen kann. Sind wir mal ehrlich. Jetzt sind wir halt wieder bei den Säulen, ne? Hm, hm. Hallo, ihr lustigen Dämonenviecher. Komm mal nach vorne. Kam ich von da? Wo die Gegner gerade herkommen? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Ich muss es mal kurz checken. Nee, nee. Ich kam von hier schon, ne? Ja, genau. Wie viele das sind, Alter. Was ist denn hier los? Oh, hi. Ihr gefällt mir da oben gar nicht, muss ich sagen. So. Äh. Ja, da komme ich nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Bist du dumm? Das ist voll nach vorne geglitten. Oh, der ist vollidiot, Alter. Ach, kein. Ach, kein. Äh. Ich hoffe, das ist alles gespeichert. Aber ich denke schon. Was muss ich denn jetzt machen? Schön, kann ich damit interagieren. Hm. Die Symbolen oben rechts. Witzig. Höch. Lalalalalala Hm Hm, die wieder, ja toll Bringen wir ja auch nichts, hätten ist ja nichts Ah, yo, warte mal Nee, oder? Wir hätten das hier, aber Ich hab aus Versehen Ah, nett Okay, weil ich halt viel gespammt hab zum angreifen Okay Was ist das für ein Symbol? Ach, da darf ich fliegen oder? Oh, der hängt ein bisschen fest, aber jetzt ist er dort Sehr, sehr schön Lange Dreieckspamm, bis ich die finische Funktioniert nicht so gut Ich verfolge mich bis hierhin oder was? Ist ja wild Okay Ja, genau das wollte ich tun Okay Neue Wege Das ist auch nett Hier kann ich schon mal direkt Feuer anmachen Einfach, weil ich's kann Hm, ich bediene's mal lieber nicht Boah, irgendwas noch kaputt Breche Oh, Mann ey Dieses verkackte Wasser, Alter Ah 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 Ja, komm Ah 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 Okay, hier ist Eis, das habe ich verstanden. Ähm, ich will da tatsächlich aber rauf. Gott. Diese Perspektive ist wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Ja, okay, dann halt nicht. Ach, ich glaube, ich kann da hinten auch einfach hochspringen, oder? Ich werde unbedingt das Upgrade da haben. Verständlich, vermutlich. Denke ich, hoffe ich. So, ich komme mit dem Dämonen. Oh, ich ignoriere mich jetzt. I don't fucking care. Ja, okay, einfach nur hoch. Mach doch auch schwer, du. Lustige 3D-Rune. The power of 3D. Hm, 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 hm. Achso. Wusch. Aha. Darf ich jetzt vielleicht mal da hoch? Danke. Hat der vorher auch nicht so, äh, konsequent funktioniert? Ach, komm schon. Äh, okay. So. Dankeschön. Was ist das da? Noch ein splittertes Symbol des Gleichgewichts. Beseelt von der Macht der Dimensionen. Vielleicht würde es das Geheimnis enthüllen, das mich im Westen der Säulen erwartete, wenn Möbius die Wahrheit gesagt hatte und ich dort tatsächlich etwas finden würde. Mhm. Sonst hier nichts, wa? Na dann, wieder zurück. Juhu, Game Design. Ach, ist okay. Man weiß wenigstens immer, wo man hin muss und was man tun muss. Das gefällt mir prinzipiell. Das richtige ist PS2 Level Design. Und ich mag's. Und da bin ich aufgewachsen. Ey. Nicht mich anfassen. Ich hab Gefühle. Okay. 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 Alter, sind das viele. Fucking hell. Ey, 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 ey. Das ist gar nicht gut, was hier passiert. Komm mal schnell her. Was ist denn so, dass ich deinen Kollegen auch noch kriege, wollte ich sagen. Ich würde gerne den Magier da erstmal wegmachen. Ich hätte mal lieber aussorgen sollen. Uh. Okay. Ich hab irgendwie so'n komischen... Ich hab keiner was hinterher gemacht. Nein. Ach Mann. Ich brauch sie das Blut. Das ist doch scheiße. Man hört das glaube ich auch. Wenn die so komischen machen, dann sind sie ein Gefecht. Dann wird es eigentlich mal wieder Zeit für einen neuen Angriff. Das war auch mehr ein Unfall, aber egal. Was war das, wenn ich gedrückt hatte hier? Keine Ahnung, ich stürbe einfach. Ach die Säulen, wie häufig wir hier schon waren in den ganzen Spielen, das ist schon irgendwie cool. Moin Jungs. Löffter hier. Hammer des Todes. Was meint jetzt der letzte Angriff? Wir haben jetzt quasi immer einen 4x-Angriff und zwei 3x-Angriffe gehabt, immer mit dem komischen Smash-Attacken-Prinzip. Das war schick. Das könnte das letzte sein, das ist ja dann wahrscheinlich was anderes, so irgendwie, weiß ich nicht, beide Tasten drücken oder so. Sag mal, Jungs, jetzt reicht's aber mal hier. Nochmal hier schön. Bam! Oh, der fliegt dann nochmal hoch, das ist lustig. Ähm. Da war das nicht gedacht, aber egal. Bum, bam, bam, badum, badum, badum. Bam, 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 badum, badum, bam, 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 bam. Okay, ja, natürlich, natürlich. Aua. Ach, Leute. Mann! Jetzt reicht's aber auch mal. Angriff! Ja, habt ihr jetzt tatsächlich schon gut gemacht, den Angriff. Muss ich zugeben. Ich bin Vampir und einfach zu blöd. Kann ich eigentlich irgendwie so ein bisschen, wenn ich so mache? Nee. Sag mal, was ist denn jetzt los hier? Ich krieg den nicht mehr. Er ist zu stark für mich. Vor allem, wenn keiner da mal daneben haut. Das ist dann auch einfach scheiße. Piss auf, ey. Mann, 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 Mann. Der ist zu stark für mich leider. Ähm, ja, okay. Pass auch mal keinen. Wird auch nett wie die respawnen tatsächlich. Was klötert er doch schon wieder? Ja, genau ihr, ne? War klar. Ihr miesen Motherfucker. Das war schon letztes Mal so problematisch, da hoch zu kommen. Was soll ich da denn machen am besten? Ja, danke. Mann, wie soll ich das... Das ist irgendwie nicht so durchdacht. Also ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich da irgendwas, aber... Kannst du da bitte noch mal hochspringen? Ja. Pff, danke. Kein Ehrenmann. Ja, jedes Mal erstmal fett getrunken werden. Der eine ist schon mal runtergefallen. Das finde ich ganz nett tatsächlich. Ja, jetzt... Manövriere mich schon selber da unten. So, nett. Mann, spring doch, du Kackbratze! Boah, ich schwör bei Gott, Alter. Äh... Nachdem man irgendwo raufgesprungen ist, dauert das immer so eine Sekunde, bis man wieder springen kann. Das ist verletzend. Ist der eine jetzt eigentlich wieder oben, obwohl ich ihn runtergeschützt habe? Nee, irgendwie nicht. Du... Du... Du bist so dumm, Kain. Kann ich hier vielleicht hoch? Nein. Wart das denn jetzt schon wieder, ey? Mann. Spring da hoch! Boah, ich bin ein bisschen wütend gerade. Merkt man das? Boah! Sag mal, bist du irgendwie GrenzDB auf einmal? Was ist denn los? Warum fahre ich denn ständig immer wieder runter? Wart ist das denn? Also, die Stelle ist so game design-technisch echt furchtbar. Dankeschön, ihr habt's geschafft. So, jetzt fickt euch einfach, Alter. Holy shit, Alter. Ich muss nur aufpassen, wenn ich runterfalle. So. Meine Fresse, ey. Das war anstrengend. So. 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 Sehr schön. Sehr schön. Gut, Leute. Ich bende mal an der Stelle die Folge. Ähm, ja. Es fängt jetzt beim nächsten Mal fast genau da an, wo es letztes Mal auch angefangen hat. Auch nicht schlecht, aber naja, wir haben Sachen gesammelt, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschö.